So Leute, willkommen zu 9 von Wobbly Live und heute wird es richtig teuer Leute. Ich werde heute nämlich alle Kleidungsstücke kaufen, die es in Wobbly Live gibt. Also jedes Kleidungsstück, alle Hüte, alle Oberteile, alle Unterteile, komplett alles. Schreibt jetzt eure Schätzungen Leute, wie viel Geld, wie viel Wobbly Dollar man braucht, um alle Kleidungsstücke zu kaufen in ganz Wobbly Island. Da ist Leute, viel Spaß beim Video, vergesst nicht ein Abo und Like da zu lassen, teilt den Kanal. Wir kaufen jetzt wirklich jedes Kleidungsstück einmal einzeln Leute. Und schreibt wirklich in den Kommentaren, was ihr denkt, wie viel Geld man bräuchte, um alles zu kaufen. Ich wette hundertprozentig, hier liegt ihr falsch. Das sind wirklich autobische Preise, die hier einmal rauskommen Leute. Wir gehen jetzt alles einmal durch, kaufen jedes Stück gemeinsam und jetzt würde ich sagen, let's go und viel Spaß. Leute, wir starten im ersten Shop hier direkt, würde ich sagen, in der Mall bei Cosmic Clothing, müsste das sein. Hier starten wir direkt einmal. Ich bin echt mal gespannt, was ihr tippt und schätzt. Ich bin schon so hyped, was ich in den Kommentaren hier lese Leute. Ich wette, die 90% der Leute liegen hier falsch. Weil es ist wirklich krass geworden. Ich dachte gestern, nur für mich, ich dachte gestern so, ich komme mit 5000 Woppy Dollar klar, aber das war null. Das war eine Lachnummer. Passt mal auf Leute. Wir gehen jetzt in den Cosmic Clothing Shop. Wir haben jedes Mal Cosmic Clothing und gehen alles einzeln einmal durch. Also let's go und viel Spaß beim Shoppen Leute. So Leute, Tasche ist am Start. Ich habe ja alles am Start. Ihr seht, mein Handy, alles dabei. Wir gehen jetzt jedes kleine Stück einmal durch. Wirklich Hüte, Tops, Pants, in jedem Shop in Woppy Live. Überall kaufen wir alles leer. Und ich bin gespannt, ob meine 23.000 Dollar reichen. Also ich bin gespannt Leute. Wir sagen, let's go jetzt. Wir kaufen alles leer. So, Piratenhut. 70. Kapitän. Was haben wir hier? Stirnband. 30. Das ist aber billig. Das ist gut. So, schicke Brille. Dann haben wir einen netten Hut. Dann haben wir die Nase. Dann haben wir den Hut. Warte. Also es zoomiert sich. Es zoomiert sich. Lippen mal hier schon. 120 Dollar für den Helm. Dann einfach mal 250 Dollar für diese Krone. 50 Dollar für eine Schlafmütze. Das sind wirklich atomische Preise. Woppy Live ist richtig, richtig, wirklich. Er ist ein Geldgeil so ein bisschen hier. So, Stirnband. 30. Dann haben wir die Mütze. 50. Leute, glaubt mir, die Hüte, die sind noch akzeptabel. So, hier ist 30. So, ich tippe noch alles nebenbei ein, Leute. Ich klicke die ganzen Gegend schnell einmal durch. Wie gesagt, könnt ihr mal so schätzen, was ihr so schätzt, was alles kosten würde hier. 500 Dollar. Ich glaube, das kennen wir alle noch, die gute Brille. 500 Dollar, Leute. 150. Jetzt geht es nämlich los. Jetzt kommen die ganzen Hammerpreise. 80 Dollar für den Tümpel. 30 Dollar für eine Brille. Noch eine Brille. Glühbühnchen. Die war auch teuer. Oh ja, 200. Leute, also leiden schon die Hüte, ja. Jetzt sind wir schon bei 2330 Woppy Dollar. Also alle Köpfe in der Mall. 2330 Dollar. Ist schon krass, oder? So, Leute. Wir machen weiter mit den Tops. Also mit den Jackenhütern war alle immer durch. Jetzt geht es zu den Tops. Das heißt, wir starten mit der schicken Jacke für 50 Dollar. Sehr geil. Dann haben wir ein Pullover nur für 50. Das ist, ja, ungefähr 30. Für den Wobbly-Kopf. Ein Kleidchen für die Mädels. Plus 40. Dann haben wir Rubbing Games auch nur mal 40. Flügel, ne? Oh, nur 30. Ich dachte, die waren teurer. 30 Leute. 30, okay. Bei 500 sind wir schon. Schildgründenpanzer 50. Okay, das ist ein bisschen aussehen. Das ist okay. Das Fass 50. Dann haben wir das Kleidchen. 80. Wie es aussieht. Wie es aussieht ohne Kopfbedingungen. Okay, das sieht so lustig aus. Ah, plus 80. Sehr schön. Okay. Avocado 120. Wow, das ist teuer. Äh, einmal das Hawaii-Shirt 50. Und Zeus 60. Dann Rubbing Games ist 80. Und nochmal Rubbing Games. Nochmal 80. Leute, da sind wir bei der Sippewerwelt allein mit den Thompson-Werthys über 1070. Bei 1070, Leute. 1070 insgesamt. Schreibe ich mal auf. 1070 für die Thompson-Werthys. Was sagt der dazu? Das ist schön viel Geld. Also, das hätte man nicht erwartet. Leute, macht alles jetzt einmal auf 0 und gehen jetzt in den Pants, und dann gehen wir zu den Pants an, zu den Unterhülschen oder zu den Unterhosen an, zu den Hosen. Das heißt, gar nicht so viele. Gehen wir einmal durch, Leute. Einmal kurz korrigieren. Oh, wir haben mit der blauen Hose an. Die kostet 40 Dollar. Dann haben wir einmal 50 Dollar. Dann haben wir einmal 40 Dollar. Dann haben wir Schlafhose. Nochmal 40 Dollar. Dann nochmal den schönen Rock. 100 Dollar. Und dann nochmal Dino-Beinchen oder so. 40 Dollar plus Kleidchen. Das ist echt extrem witzig. 390, 80 kostet das. 390 Dollar insgesamt, Leute. 390. So, Leute. Dann haben wir alles zusammen. Das heißt, zusammengefasst. Nur die Köpfe in diesen ersten Shop. Ja, kosten 2.330 Woppy Dollar. Plus die ganzen Tops, also die ganzen Oberbekleidungen, haben wir 1.070 Dollar. Und plus nochmal die Pants, also Hosen und Dosen. Je nachdem, 390 sind wir schon. Ersten Shop mit 3.790 Dollar. Bei ersten Shop, Leute. Einfach nur erster Shop schon. Das heißt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr schon mal gedacht habt, was es insgesamt kostet. Ich habe mich total verschätzt am Anfang, wie gesagt. Ich kaufe jetzt mal alles durch. Ich kaufe im nächsten Shop nämlich alles wieder doppelt, weil da gibt es ja teilweise die gleichen Gegenstände. Leute, ich kaufe schnell alles und dann gehen wir weiter. Leute, wenn du mal inzwischen bist, wisst ihr, wie ihr anschließt, ist es alle gleich. Ich gucke mal, ich muss mal reingehen, dann kaufe ich was. Dann kaufe ich so 40 und dann muss ich wieder, dann wäre ich auch mal rausgeschmissen. Ich muss immer die F-Taste drücken, wieder reingehen und kaufen. Ich bin über das Scheiß, was ich für eine Arbeit für euch mache, Leute. Dann treffen wir uns gleich, wenn ich fertig bin. Let's go. Haben alles gekauft. Perfekt. Leute, kommen wir jetzt mal kurz ein bisschen cool an. Einfach so, komm, egal. So, dann alles ausgegeben. Erstes Shop ist leer, gekauft. Der Cosmic Closing ist leer. Es ist mal gucken, wir gehen jeden Shop einfach einzeln durch. Wie viel gehst du zum Post-Shop ist, ist das auch Cosmic? Ich glaube, das ist ein anderer. Ist, glaube ich, nicht Cosmic Closing. Cosmic Closing ist nochmal oben am Berg hier. Wie ich falle jetzt aber zu dem Shop hier, zum Post-Job sozusagen. Let's go, kaufen wir einen nächsten Shop leer. Mal gucken, wie viel Cash wir da ausgeben. Let's go. So, dann sind wir schon beim nächsten Shop. Und zwar, wo sind wir hier? Das ist auch so ein komischer Name gewesen, weiß ich noch. Äh, genau. Fresh for Fashion. Fresh for Fashion, irgendwie sowas. Das heißt, hier ist der nächste Shop, da gehen wir jetzt auch mal rein, Leute. Kaufen den nächsten Shop einmal leer. Ich schreibe mir alles auf, um Bilanz zu ziehen, Leute. Ich habe mir einen Zettel hier bereitgelegt. Und werden einmal wieder alles kaufen. Wir werden wieder alles kaufen, Leute. Let's go. Mal gucken, was hier abgeht. So, durch Mach das nämlich doppelt. Guck mal, diesen solchen doppelt. Guck mal, der ist nicht mal. Ich bin so klug, Leute. Das heißt, guck, hier sind ein paar neue Sachen, die jeweils einfach durch. Das heißt, klickt nochmal alles durch. Kauft wieder alles, Leute. Und macht wieder Zwischenbilanz. Das heißt, wir sind jetzt an der Poststelle. Also, es wird ja mega viel Kohle, Alter. Ich hoffe, mein Kohle reicht hier. Ich schätze mal schon. Leute, wir klicken wieder durch. Heads. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir nicht. 60 Dollar. So, plus haben wir Spiegei. Auch sehr witzig, by the way. So, 30. Das haben wir ja auch schon. Das haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch. Das fährt uns. 40. Ja, humane Preise. Schleifer haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir nicht. 30. Das ist auch lustig, das Gold. Dieses Fischglas. 120, Leute. Das ist ein fairer Preis, auf jeden Fall. Die Mülltonne. 80. Ähm, 150. Einmal der Pilz. Bratpfanne hatten wir. Und die VR-Brille war es. Ich glaube, die Gamer-Brille war oder so. So, 740. Da, Leute. Hier sind 740 schon mal rausgekommen. 740 schreibe ich mir auf. 740. So, Leute. Ab zu den Tops. Das heißt, das haben wir schon. Top haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir nicht. 840. Dann haben wir hier. 50. Ich will auch nur ein T-Shirt haben. Alright. Sind 380, Leute. 380 sind hier nochmal rausgekommen. Also, wir haben nicht alles gekauft, was alle schon gekauft hatten. Logisch. 380 schreibe ich mir auf. So, Leute. Ab zu den Unterhosen, so als zu den Pants. Also, die haben wir schon, glaube ich, ne? Haben wir, haben wir doch alles hier. Das haben wir, glaube ich, haben wir. Das haben wir, die 280. 30 plus 100 bestimmt, oder? Ja, natürlich, plus 100. 130, Leute. Zwischenbilanz. Wir haben, äh, die restlichen Heads, 740, plus die Tops, 380, plus die Pants, 130, insgesamt. 1250, Leute. 1250. 1250 Wobbeldoller ist jetzt der Shop, der Elle kauft hier. Das heißt, ich muss wieder alles kaufen, Leute. Das kaufen wir Sachen wieder doppelt. Also, bis gleich, ich kaufe schnell alles. So, Leute, auch den Shop haben wir, der Elle kauft. Alles, wenn wir gekauft, Leute. Jetzt gehen wir zum nächsten Shop. Wie gesagt, wir haben jetzt hier, den haben wir, der Elle kauft. Die Mauer, der Elle kauft. Jetzt gehen wir zum nächsten. Das heißt, wir müssen auch zum neuen Wobble Island, das gehen wir zuerst mal, würde ich sagen. Gehen wir mal hier unten nochmal hin. Weil ich will auch eine Shop zum neuen Wobble Island. So, bis gleich, Leute, kaufe ich den nächsten Shop leer. Und man guckt mal, ob eure Zahlen stimmt, Leute. Ihr habt ja alle so den Anfang des Wissen Schätzungen in den Kommentaren abgeben. Bin gespannt, wie gut ihr wart. Also, Leute, bis gleich. Wir sehen uns jetzt gleich beim nächsten Shop. So, Leute. Ab gehts zum nächsten Shop, und zwar hier in der neuen Welt hier vorne. Wer ist der gute Shop? Wir haben hier Beatside Boutique. Da sind wir am Start, Leute. Und wenn uns jetzt mal dort alle Sachen kommt, der war, glaube ich, nicht ganz so viel am Start. Genau, ein paar Sachen. Die oberen haben wir ja schon. Die sind neu unteren vier. Genau, vom Anlass bis zum Toastbrot. Die ist auch noch ein paar neue Sachen. Sehr schön. Kann uns ein paar neue Sachen leisten. Leute, da würde ich sagen, let's go. Das heißt, guck mal, was es hier zu bieten hat. Das heißt, Beach Store. Fangen wir mal an mit den Taschenrechner wieder. Ihr kennt das. Taschenrechner am Start, Leute. Das heißt, die obersten haben wir schon im letzten Shop gekauft. Die haben wir schon. Neues einmal, der Anlasskopf. Der kostet 100 Dollar, Leute. Dann haben wir eine Taucherbrille für 40 Dollar. Und ein Toastbrot, auch sehr witzig. 70 Dollar. Sind wir 240 Wobby-Dollar nur für die Köpfe, der neuen Köpfe, die es hier in diesem Shop gibt. 240, die schreiben wir uns einmal auf. Trikot kostet einmal 40 Dollar, Leute. 40 Dollar ist gekommen. Das müssen wir schon auch 40 sein. Ja, plus 40, alles klar. So, dann haben wir hier coole Kettys. Auch sehr witzig. Plus 50. Dann haben wir das High-Kostüm haben wir vorhin schon gekauft im anderen Shop. Die Anlass, ganz wichtig. 100 natürlich. Ja, ist ja auch extrem cool. Dann ein witziges, buntes Blümchenhelm. Hier nochmal eine andere Version. Plus 60 Dollar. Läuft bei Wobbly. Und einmal ein kleines Bikini. Für 40. Das heißt, auch die neuen Tops sind hier mit 390 Wobby-Dollar belastet, Leute. 93 Dollar. Das heißt, 240, 390. Jetzt geht es nochmal zu den Hülschen, äh, zu den Hosen. Leute, weiter geht es. Das heißt, wir haben jetzt coole, coole, ja, Unterhosen. 50 Dollar dafür. Sehr gerne. High-Fluster haben wir schon gehabt. Anna ist ganz wichtig. Die darf nicht fehlen. 100. Dann haben wir nochmal das, ja, das Bäumchen-Kostüm nochmal. Das waren jetzt 30 Dollar. Und nochmal, was zum Planschen, 40 Dollar für den Taucher. So, das sind 220 Dollar. Das heißt, Leute, den Rest des Stablerkaufs sind wir hier bei, nochmal zusammenrechnet, genau, 240, dann bei zweitens war 390 bei den Tops und nochmal 220 bei den Pans. Das sind wir auch bei 850 Wobby-Dollar schon mal. Wahnsinn, was hier viel Geld ist. Das sind 850 Wobby-Dollar. So, Leute, so viel gibt es ja gar nicht mehr. Jetzt haben wir es hier einmal fertig. Das heißt, ich war jetzt zum vorletzten Shop einmal, ähm, zum Krankenhaus. Sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Bis gleich. Leute, wieder schönes Wetter am Start. Kein Regen. Wunderbar. Das heißt, jetzt fahren wir zum Shop. Da gibt es dieses Gangster-Auffil. Das war auch ein bisschen teuer, glaube ich. Und dann haben wir schon fast alles geschafft, Leute. Geil. Genau, das ist Streetwear Urban Style. Genau, das fehlt uns so. Streetwear Urban Style. Das ist hier der Shop hinterher von, also, vor dem Eingang vom Krankenhaus sozusagen. Gehen wir uns rein und holen uns die restlichen Sachen. Let's go. Mal schauen wir uns hier an Kohle ausgeben hier. Los geht's. Oh ja, hier gibt's. Oh, hier gibt's viel. Das ist wieder ein teurer Spaß. Bin ich schon gespannt, Leute. Das heißt Urban Style. Schreibe ich kurz auf. So, Leute. Dann gucken wir uns die ganzen Sachen mal. Wir haben ja eine ganze Menge neue Sachen zum Kaufen. Hier sehe ich schon, dass wir wieder richtig teurer Spaß haben. Wir haben auf jeden Fall schon richtig viel Kohle verloren, Leute. Genau, Leute. Den Stück hoffen wir jetzt leer. Let's go. Wir starten mit der, ich glaube, es ist die Polizei mit so müsste das sein. Das sind einmal 60 Dollar. Plus Zylinder 70. Dann haben wir ein kleines Krönchen 40. Dann der Baum wie Groot hier. Von Galaxy. Das Blümchen auch für 50. Pep hatten wir schon genau. Die nutzt auch mal auch schon. Cowboy, das ist ein bisschen neu. Genau, 80. Der Scherber ist hier. Die Brille hatten wir auch schon. Die haben wir auch schon. Die auch schon. Die auch schon. Der ist neu. 100 für den Pharao. Nöte hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon. Jetzt kommt das Gangster-Outfit. Das haben wir noch nicht. Genau, 40. Leute. 1.110 Euro für die Heads am Urban Style Shop. Das ist 1.110 Wobbly-Dollar. Läuft bei uns. Leute. Nächste. Ab zu den Tops. Das heißt, einmal wieder oben das Kreuz machen. Wisst Bescheid. Das haben wir wieder alles mit aufgerechnet. Tops. Hier geht's weiter. Das hatten wir schon. Hatten wir schon. Das ist die Polizei. Genau. Das heißt, 40 Dollar für die Polizeiweste. Dann immer auf Gangster. Auf Rocker hier. Plus 40. Dann Robin Games haben wir. Haben wir. Haben wir auch. Burger hatten wir auch. Haben wir auch. Das ist, glaube ich, schon mal genau. 80 Dollar für das Agent-Outfit. Dann das Hühnchen natürlich nicht vergessen. 50 Dollar für das Hühnchen-Kostüm. Das hatten wir die Kunden. Die Boxleitschuhe sind immer lustig, Leute. Nimm mal witzig. 40. Dann haben wir Dracula-Kostüm. 50. Dann nochmal Cowboy. Asher, besser gesagt, 80. Dann nochmal. Das hatten wir schon. Nöte hatten wir auch schon. Das Gangster-Aufhör nochmal. Deep-Outfit. 50. Heißt, alle Tops zusammen, die wir hier nochmal extra gekauft haben. 430 Woppy-Dollar, Leute. 430. Und letzte Zon. Die Pants sind meistens mal weniger. Ist auch doch ganz schön viel hier. Alles klar. Das heißt, einmal alles ausziehen. Zack, zack. So. Haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon. Hier. 50. Du musst die Polizei-Hose sein. 50 Dollar. Polizeihose. Hühnchen. 40 Dollar. Dann nochmal. Taucher hatten wir eben gekauft. Das ist das Boxer. Genau. Für die Boxer-Hausen. Für die Box-Handschuhe. 50 Dollar mit dazu. Dracula. Plus 50 nochmal. Dann. Hatten wir schon. Und Steve-Outfit. 40. Das heißt, hier sind wir auch bei 350 Dollar. Oder 350 Dollar. Für alle Hosen im U-Bahn-Style-Shop. So, Leute. Dann haben wir also wieder Soma Sumaro. Ähm. Richtig viel. Das heißt, wir haben jetzt für die Heads 1110 ausgegeben. 1110. Plus 430. Und plus nochmal 350 waren das gerade. 1890 sind wir schon wieder losgeworden an Money, Leute. 1890. Und das sind wir schon fast am Ende, Leute. Das heißt, wir haben fast alle Shops aufgekauft. So, Leute. Ein Shop fehlt noch. Und zwar, das ist einmal jetzt der Job hier oben, wo man die Möbel ausführen kann. Da ist nochmal ein Shop. Der ist so ein bisschen, glaube ich, dasselbe wie bei der Poschern müsste es sein. Da gibt es aber, glaube ich, das Affenkostüm. Und ein paar andere Sachen, Leute. Was macht die mit mir? Was ist hier los? Hallo? Was macht der hier? Alter, guck mal. Ja, Leute, da müssen wir jetzt hin. Letzter Shop, gleich dazu. Let's go. Ich würde hier alles nochmal aufkaufen. Ganz kurz. Und dann traf ich den letzten Shop immer wieder. Und dann rechnen wir komplett aus, was er ausgegeben am Money. Ist, glaube ich, richtig viel, Leute. Ich glaube, die meisten lang fahre ich mich mit dem Chatzen. Also, bis gleich, Leute. Und jetzt am letzten Shop. So, Leute. Sagen wir mal bei Streetway, Uber, uns da ja auch alles gekauft. Und jetzt geht es zum letzten Shop, wie gesagt. Und zwar hier oben auf den Berg, wo ich mein kleines Häus noch immer habe. Und wo ja, ja, der Möbellieferant ist. Und da kann man uns die letzte Kleidung einmal holen, Leute. Mehr gibt es aktuell nicht mehr auf dem Markt oder auf dem Wobbly Island. Das heißt, wir fahren uns umhin, Leute. Let's go. Ab zum letzten Shopping-Abenteuer. Und bis gleich. So, Leute, sind wir schon. Und zwar bei Fresh for Fashion. Fresh for Fashion. Irgendwas in dem Sinne auf jeden Fall. Ist dasselbe Shop wie bei der, ja, bei den Zeitungen. Ich glaube, dass der selbe, muss dasselbe im Grünen dazu sagen. Deswegen gibt es aber trotzdem noch ein, zwei Sachen, die es noch nicht gibt. An die wir nicht gekauft haben. Bessere. Sagt, ich gehe jetzt mal rein. Und führt unsere Liste weiter fort. Heißt, letzter Shop, Leute. Mal gucken, was wir hier noch kaufen können. Der ist neu zum Beispiel. Guck mal, ich habe so eine Sache, die wir kaufen. Und Leute, nehmen wir direkt mal los. Leute, wir machen hier eine neue Liste. Letzter Shop, ähm. Ja, letzter Shop bei dem Möbelhaus. So oben nochmal. Taschen wir schnell am Start. Wir gehen wieder los. Das heißt, wir kaufen uns wieder das, was wir noch nicht gekauft haben. Und zwar den Midi-Helm. Der kostet 50 Dollar. Ist okay. Dann die witzige Pudelmütze, 40 Dollar. Ihr seht, Leute, das ist derselbe Shop. Es gibt trotzdem noch verschiedene Sachen. Das hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Das haben wir noch nicht. Genau. Der Hexen-Wut plus 60 Dollar. Den hatten wir auch. Den hatten wir noch auch. Und den haben wir noch nicht. Der fehlt uns. Der Telly aus Affenkostümen. Das ist ganz witzig, Leute. Sieh, das heißt, wir haben jetzt hier 570. Ähm, ein Restchen Hüten zusammen. 570, Leute. So, dann wieder das Hütchen wegmachen. So ein Zehntnis als Shop. Dann Tops. Guck mal, was hier noch ist. Das heißt, das haben wir schon. Das ist neu. Genau, mit der Winterpulli. 50 Dollar, meine Freunde. Die hatten wir schon. Das auch. Das nicht. Das ist der Hexen-Aufhör sozusagen. Oder das Hexen-Oberteil. Das auch nur in das Bienen-Outfit brauchen wir auch. 50 nochmal. Zeus haben wir. Und das auch nochmal. Das Affenkostüm. Das Oberteil. Alles zusammen haben wir 440 Dollar hier, Leute. 440 beim restlichen Tops-Kauf. Und zuletzt nochmal die Pants. Das heißt, wieder einmal alles auf 0. Einmal zu den Pants. Und jetzt gehen wir hier weiter. Leute, was haben wir noch nicht? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir noch nicht. Das haben wir. Das haben wir. Oh ja, 100 Dollar. Die Dino-Beine. Dann die Angler-Outfit. 40. So, dann haben wir Groot. Genau, einmal kurz. Nennen sie mal die Groot von Galaxy. Das ist so ein Baumwärts, der ihr nicht kennt. 30. Dann haben wir hier nochmal. Das haben wir. Militärhose wichtig. Haben wir 40. Und was ist das? Die Affenhose 50. Leute, alles zusammen. Haben wir 260 Dollar bei den Pants. 260 Dollar bei den Pants. Leute, das heißt, wir haben insgesamt in dem Shop jetzt 1.270 Dollar ausgegeben. 1.270, das ist unsere Summe. Leute, rechnen jetzt alles mal zusammen und gucken jetzt mal, wie viel Kohle wir rausgehauen haben. Wir kommen, wir gucken mal. Gehen wir zur Kasse hier. Ja, Mojen. Was haben wir hier gemacht? Also, erst in der Moja war natürlich ziemlich teuer, weil natürlich alles neu war und zu kaufen gab. Natürlich, aber das waren sage und schreibe 3.790 Wobbly-Dollar. Im zweiten Shop hatten wir insgesamt 1.250. Dann hatten wir beim nächsten Shop 850. Das war für mich dann der Beat Shop, genau. So, dann waren wir hier beim Dingenskursions, wo das Krankenhaus war nochmal. Das waren 1.890. Plus jetzt nochmal den Shop 1.270. Sind wir bei 9.050 Wobbly-Dollar, Leute. Wenn ihr euch alle Outfits kauft, wenn ihr es zu kaufen, gibt es dann 9.050 Wobbly-Dollar. Muss ich mal reinziehen, wie viel Geld das einfach ist. 9.000 Wobbly-Dollar ist so viel Geld. Oh, Mann. Leute, ich bin auf eurem Kommentar gespannt, was ihr so gedacht habt, wie viel das Ganze kosten würde. Also, 9.000 habe ich jetzt nicht. Also, über 9.000 ist schon krass. Ich habe es mit 4.000, 5.000 dazu ein bisschen gerechnet. Aber 9.050 Wobbly-Dollar ist eine Art Nuss. Leute, in dem Sinne, fand ich eine coole Video-Idee von mir persönlich. Ziemlich nice, hätte ich jetzt nie erwartet, dass es so teuer ist, Leute. Lasst euch ein Abo und ein Like am Start für weiter coole Videos von mir. Teilt meinen Kanal, Leute. Und ich bin gehypt aufs nächste Update. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss.